herzlich willkommen zu einem neuen shop video wenn euch die videos hier auf dem kanal gefallen würde ich mich riesig über nahe befreuen außerdem bewertet kommentiert und teilt natürlich gerne das video und schaut auch gerne auf meinem twitch kanal vorbei dort werden wir heute wahrscheinlich auch etwas länger streamen der plan ist ab spätestens 15 uhr zu streamen und dann irgendwie bis 20 21 uhr so zumindest der plan um eine weiter road to champion zu machen und natürlich fehlt dir für das fncs warm-up zu trainieren wird sagen schon setzt den item shop an und heute haben wir neues mode zusätzlich noch den rahmen skin die weibliche version von noch verwüstung dabei hat man auch ein kontrail also eigentlich lohnt sich die weibliche version viel mehr dann gibt es dazu die eiserner schnabelspitzhacke als nächstes noch der gefiederte gleiter danach aber den zucki skin die kupferwespe dann heftiger hieb als spitzhacke und die stache lackierung dann haben wir den farbenbommer wieder im shop war schon etwas länger nicht mehr im shop dann dazu von den farbenkanon hier der regenbogenwucht spitzhacke die ist auch reaktiv soweit ich weiß leuchtet glaube ich das horn unterzeit immer mehr wenn man auch häufiger schlägt weiß ich allerdings nicht ganz genau schreibt gerne in die kommentare wenn es wisst dann haben wir noch den farbenballon dazu als nächstes haben wir die barfuß ermittlerin dann den ins schwarze skin dabei hat man auch noch einen zweiten stil nämlich den pixel art stil wird aber mal wieder nicht angezeigt wenn man den skinn selbst hat da unten ist er nämlich diesen stil hier er ist zu valentines tag reingekommen dann haben wir den leuchtschiebemot die pempelhacke und dann heute neue mega moves und als letztes noch ragequit das war es dann mit dem modding shop video ich hoffe es hat euch gefallen und bis zum nächsten video und ciao